hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück und ich weiß gar nicht wo ich bin ich bin hier eigentlich die hälfte der ganzen sache nie stimmt gar nicht war ich hier drüben bei der mühle war ich bin eigentlich ja muss man zurücklaufen anstatt hingehen muss ich zurücklaufen ja man post immer zu einem schreien ich komme ja verließ spindeltiefen oder ja 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 bla 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 so ich bin hier geöffnen gruppen verließ du kommst schon spinnen lieben ich will schon bist du drin es ladet immer noch jetzt hat es geladen ich bin drin ich noch nicht jetzt ich auch sprecht mit dem mächtigen dort oben auf die beine ihr pflegel ein ereignis durch die flüstern beginnt wo durch die quest durch die flüstern erhalten soll ich das annehmen event einladung okay gut abgelehnt so jetzt kannst du auch sprechen mit dem mächtigen mord rein dolfsturz die unerschrockenen oder ja das ist bei mir aber orange was sie mir einfach mal hier in lagen und lang mal kurz ich will nur kurz das ja nehmen wir haben einen das ist so aggressiv ja das ist das ist ne roh na weg schreien ja ne dann geh ich raus das ist ne orange quest die können wir noch nicht machen also ne die ist noch ein bisschen zu stark ja eben orange die wird mir orange angezeigt ja die war vorher bei mir rot ja zu zweit ist sie einfacher wir warten ein bisschen mehr ist entweder gelb oder grün haben das ist die beste antwort ja also bis ich gelb habe ich kann die anderen sachen ja nicht machen ja dann würde ich sagen ich reise also du kannst wieder zurück fahren ich reise dann dir ich laufe zurück denn du bist ja hierhin gelatscht und ich gehe wieder zurück was ist denn hier schönes kobolde stufe zwölf ja wie kann man irgendwo hinreißen ah nee nein nein oh oh ich bin tot wie hast du sie durchgeschafft mein freund ich bin einfach durchgerannt oh nee ich tue zwölf oh nee vor allem ich habe ja noch so ein grüß dabei bei mir das tötet für mich alles voller Hexen und Kobolde und oh Eisen jetzt ne ich will keine Kontrolle nein hoffentlich kann die mich nicht mehr porten die Hexen nein die kommt wieder bin ich auf einem Weg keine ahnung nein port mich nicht du beschissenes Vieh oh hier wird jemand oh ein toten tot ein toter Söldner Jute yeah ich habe Jute gefunden juhu endlich drei Jute Phasen da bist du ja komm schon hallo siehst du mich Söldner untersuchen denn der Org ist noch nicht sehr lange tut Gold für Zähne äh soll ich dir helfen ne ne das geht schon ohne Probleme du für zwölf warte mal hier ach gut du ähm wollen wir was auseinander nehmen ach das ist dein Ding ja ja hallo ja Spaßratten danke sehr ich werde nämlich was tut ich habe ein neues Rezept bekommen Rohleder Riemen Stufe 9 3.000 EP ich brauche noch 7.000 dass ich hier Level aufsteige nicht noch 3.600 gibt es hier Kräuter aber gibt es hier Kräuter ich will ich will was ist hier oben was ist das ne Brücke nur ne Brücke oder was ne Billowbrücke natürlich na hallo wo ist oh da rennt jemand und hey oha hier ist ein hässliches Geräusch lol ey ja da ist so ein UFO oben wo ach da das hab ich gesehen aber das ist wieder am einer das zweite oha oha findet geile bloß ich komm kurz ja komm schnell ja ich kann nicht schneller rennen das ist eine Quest komm schon oh oh hallo hallo ja das ist komm ich ruf mein Viech schön und guuuut tot oh dann hab ich den Auge hier dünns oha komm schon her mein Freund oh Laser weg aah geobachter blutet eins ach oh ich geh mal kurz weg nein ich muss wirklich weg sorry hast du noch genug Leben? ja ich bekomm ja wieder Leben ach du Arsch ey so blute blute du Arsch wie viele kommen hier noch unfassbar blute 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 nieder blute oh oh ich muss wirklich weg ist mein Leben angeschaut? wie gesagt du hast du hast volles Leben meine Fresse ich hab die ganze Zeit volles Leben oh yeah ah so jetzt noch kurz bluten und schwindend ach du scheiße die Wangen da vor mir ja mein Freund wir brauchen dich ach der ist tot ist jetzt Ruhe oder was? du weißt schon dass wir diese Quest eigentlich erst annehmen sollten bevor wir den Rest hier zerstören oh oh fuck jetzt hab ich auch viel Leben verloren ah ah oh 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 ah kannst du heilen oder so? geht das nicht? ich hab im Inventar noch Sachen ey warte ja im Inventar stimmt Stimmliche Würmer Wuhlen wo bist du? du bist drinnen und da ich ihr könnt jetzt in eurer ultimativen Fähigkeit ich hab die ultimative Fähigkeit erlangt hey schön hier oben hier ist ne Truhe hab ich schon genommen wow ich hab hier nur ein Billowschwert gefunden ich hab hier eine krasse Rüstung gefunden die ich nicht mal tragen kann weil ich zu schwach bin hier äh ich geh das Lager des Wolfs und da ist ein großer Totenschädel drauf so nehm wir hier hallo oh ich bin ich muss weg 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 wo bist du? ich geh wieder Richtung Dorfsturz also Richtung wer hat mich jetzt geheilt? hey du Misthöhle bist du kriegst? oh ich bin tot 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 und was ist das hier? Rucksack Rezept Tonsens Kittens boah alter was hier alles was es hier alles gibt oh Jute 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 gut schneidern juhu ähm 3 Jute Fasern sehr schön oh hieß ja mal ein Tor am Boden äh wir Billowschwert haben uns überlegt mit Stufe 8 bist du auch Stufe 8? ja wieviel brauche ich eigentlich noch hä wieso brauche ich nur noch 5000 EP habe ich irgendwas dazu bekommen? ja dieses Tengens das wir getötet haben ich war mir nicht sicher ob ich auf diesen verlassenen Straßen jemandem begegnen würde naja abgesehen von Wehrwölfen und irren Kultisten meine ich ich habe einen Henle gefunden oh oh Stufe ich habe zwei Schwerter Stufe 9 beide einhändig ich sollte nichts verkaufen ich sollte das Ding oh warte mal kurz wenn du hier schon da bist ich war mir nicht sicher ob ich auf die so äh reparieren das ist sehr wichtig ii nein schon wieder meine Fresse so hier kann man leicht raus tappen ich will nur das hast du gedrückt halten und schon bist du raus also ich nicht tappen sondern er ja ähm was ist denn jetzt hier irgendwo ist echt ne Suche hier ah Fackelkäfer die finde ich auf jeden Fall überall hä mein Rucksack schon wieder klares Wasser oh so haben wir mitgenommen zum lesen und da ist der Wehrwolf ohlala schon wieder ein Wehrwolf na blöckopf die falsche Seite oh schon wieder Level 9 so machen wir bluten hier machst du bis Level 9 ne 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 der Wehrwolf ist Level 9 die Wehrwölfe Zinktur des Lebens 844 ach du scheiße die wandern Inventar voll ja na klar ähm was ist das hier überhaupt der Eingang? im Randgebiet sind so viele Wehrwölfe die ganze Zeit das ist ja nicht zu fassen so ähm talalalalalo wo bin ich überhaupt? ach erst scheiß die wandern ey ich habe jetzt vier ähm Quests die grün sind zwei die gelbe und drei die orange ich habe drei grüne sechs gelbe äh und drei orange oh 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 Fabi Level 7 ok alles klar was kommt da hin du bist eigentlich genau rechts von mir das weißt du wenn du auf die Map mal schauen würdest du hast sogar noch ein woher ein Wehrwolf nicht zu tun tralalalalalalalalalalalalalalalala so ach da ist wieder einer oder wat? sind das ach das sind und ungesinnte blut und das ist in Level 9 oh er kann ja hier jemanden auch beschwören das war's schon hey da bist ihr oh oh sorry ich wollte dir gerade helfen aber ich habe einen Ahorn gefunden du rennst vor einem Krokodil weg ist das wirklich? komm schon her Krokodil da hast du es du hast dein Vieh einfach mitgenommen fieser oh 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 ey du Töle du komm her ja Luton nekromanten der wehrt sich ja gar nicht so ein doofgob ich habe hier überall Leute die irgendwie sich selber umbringen wollten du du hast dich wieder entfernt na tolle Wurst so tot du rennst einfach durch oder was gesagt ja ich renne durch wieder nach durchstutz weil ich das erfüllen möchte wie geht's oh hier will jemand eine Quest abgeben hey ihr da seid so freundlich und holt mich hier raus auch so unsicher seid ihr grüßt Bürgerin ich scheine einen kurzzeitigen Rückschlag erlitten zu haben ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen ja 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 diese Schwachköpfe von den Blutdornen haben mich überfallen und das während ich auf einer Mission von allergrößter Bedeutung war es waren Dutzende von ihnen aber ich habe mich nicht kampflos ergeben was wird die Löwen gerade nur ohne mich machen das weiß niemand was er ohne dich machen will so die Blutdornen haben mich geschnappt und verprügelt in einem Kampf werde ich euch nicht viel nützen aber ich werde euch anfeuern oh oh die Quests die häufen sich ach ich habe einen Begleiter gefunden schön der mich anfeuern wird und mir nicht helfen wird ist auch gut ist auch gut ja das ist immer gut ein verwunderter Soldat oh das Tal der Wächterinnen entdeckt was ist denn hier rechts ach wie das durch Adelfeld das ist eine Insel ist ja geil Alchemie Tisch Feuerstelle das ist was für dich mein Freund mhm da bist du wahrscheinlich durch gerammt oder ja da gibt es eine Vorstellung kannst du essen zubereiten so in diese Richtung können wir nicht weiter ich muss die Depesche des Generals zu Hauptmann Vistar zurückbringen welcher Quest ist das überhaupt mein Freund willst du mir was erzählen was da ist Ach wir müssen was finden So in dat Na was denn Jute Yay In diese Richtung können wir nicht weiter In diese Richtung können wir nicht weiter Bla 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 Tellingsmühlen Boah was ich hier alles entdecke Ach Blutankontesten hallo Ausschwärmen was für ausschwärmen du wirst tot sein nicht ausschwärmen Kobold vertötet Nur mehr Liebe Blutankontesten du wirst tot sein Ah Ich hab's gefunden was ich nicht hab Du verlierst du wirst hier leben Hm Du verlierst gerade wie wirst du leben Geht ich bin hier nur in meinem Kutistenlager Den Balken Den es entdeckt Den Wegschrein am Balken Den Fels entdeckt Lol was entdecke ich hier noch alles Ja du wirst nicht sein Wir haben genau 2 Länder entdeckt hier Bis jetzt Ne ich hab 4 oder 5 Achso Wir haben die Insel und jetzt ähm Oh ich muss weg Wir haben die Insel und Nein ich bin tot Ne wir haben 2 Inseln und das hier Was das hier Also hier Dann diese Ben Und dann dieses Cosima oder wie das auch immer hieß Was Wir haben ja Moment wie heißt die das Stross im Kai Äh Betnik Und hier Schon 3 Das kam mir vor wie 2 Wow Ja weil wir in der Stross im Kai nur kurz waren Ich bin jetzt auf Ich bin jetzt gestorben und wieder aufgewacht Und jetzt bin ich da wo ich eigentlich nie hin Also wo ich schon später hin wollte Jetzt bin ich hier Stümper Schwachköp Stümper Idioten Wie konnten die sowas nur zulassen Den Acht sei Dank für die Löwengarde Was ist denn geschehen mein Freund Unsere unfähige Stadtwache hat zugelassen Dass der Herzog entführt wurde Das ist passiert Unfähig die Leute wirklich unfähig Was ihr tut Jemand mit euren Fähigkeiten könnte uns doch sicher helfen Könnte 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 Oh Findet Wie viel Fests habe ich Ich habe zu viele hier Ach das ist nur die Stadt Ok ok die Stadt ist ganz klein Das ist super Sprech mit jemandem Ich will ja nicht sprechen Ich will ja kämpfen Kämpfen Oh Eisenherz Yay Geil meine Freunde Wie du dich über Eisenherz freust Ja Ich bin ja Schmied Aber Holz wäre noch geiler Oh und Frosch Level 1 Ich bin ja voll da Bongo 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 Findet Rekrut Gorak wieder Sprecht Werdet aufgenommen Gold Ich sollte eigentlich wieder Gibt es hier irgendwo einen Händler hier Alchemie Schmiede Schreiner Das muss ich hin Da muss ich hin Oh Schlange 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 Hoho Muss ich den Plunder abgeben Oh ne weiße Braut Oha Wir helfen gerne unseren Nachbarn Aber wie lange wollen die denn noch hier bleiben Oh keine Ahnung Wir helfen gerne den Nachbarn Aber wie lange wollen die denn noch hier bleiben Sehr geschickt Oh Eine Halle für 3 Sachen Ist doch geil Äh So komm hoch Hier ist es ja leer Schade aber auch Oh Die Typen sind gerade ein Lied am singen Ich glaube die haben doch Schaden Ich glaube die haben doch Schaden Ja das kann passieren Hehehehe Ähm Wir haben gar keinen Plunder Trödel Nichts haben wir aber Würmer Wir brauchen Würmer Plunder Plunder Einzigartig Oh das will ich mir verkaufen Panzer Quest abschließen Ich bin Stufe 9 Wow 9 Ja Achso Ja 4000 dp brauche ich dann noch Eine gut gemachte und gut erhaltene Ach ich will ja gar nicht hier rein Ich will nur das hier machen So annehmen Zack zurück So Schmiede Obsidian Und sonst nichts Okay Äh Wo haben wir hier Das hier Schreinerbank Nix zu verwerten ist ja scheiße Ey wir haben so viele Plunder glaube ich im Inventar Das ist ja nichts zu fassen Ist ja nichts zu fassen Äh Stufe 9 Verbrauchsgegenstände Materialien Soll ich alles verkaufen oder was? Ja Mit Alchemie und so Ja mach einfach ein bisschen Kohle wenn du brauchst Ihr könnt ruhig jeden fragen Okay Waffeneigenschaften Zitrin Sau Schneidern 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 Jade Uh Aber ist null wert Schmiedekunst Honig Weg damit Schmiedekunst So Und weg Für Herstellung von Im Schmiede Wilden Verwendet Ach wilden Komm mal weg hier Alchemie Alchemie So 32 Ausdauer Wir haben so viel Ausdauer Tinkturen und bla 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 Hab ich hier alles Oh meine Kacke Reparaturkit hab ich auch noch dabei So Ich hab sie wieder auf die Hälfte runter gedreht Ah Wein Für alle Ja Ich koste gern von meinen eigenen Waren So wir können mal nur verkaufen Okay gut Dann Uh Die Folge ist auch mal bei hinten mein Freund Es ist über 26 Minuten Vergangen Oh Hallo Ja Dann Abmoderation Los Da kommt nix her Hm Hm Die Werbeuer Die Werbeuerlaprasche sind wahrscheinlich eingeschlafen heute Naja die Porno Werbung ist jetzt rausgegangen Liebe Freunde Bis später Viel Vergnügen Too